weiter geht's mit einer neuen folge fifa 22 karrieremodus mit dem vfb wir spielen heute gegen glattbach ist auch ein spitzenspiel und ja zu unseren wölfen in der realität muss man ja nichts mehr sagen nach dieser 0 zu 3 niederlage gestern ich bin immer noch ein bisschen unmotiviert zu spielen keine ahnung mal gucken ich hoffe ja noch das wird noch nächste woche gegen biedefeld was und dann stadtformation wollte genau das ist die hier timba kehrt jetzt für den verletzten weber der fährt übrigens drei monate aus ja kommt für ihn jetzt in die startelf und wenn euch das ganz gefällt lasst doch keine kostenlosen abo da und checkt auch gerne meine anderen let's plays aus also um 9 uhr kommt er immer heute vor dem besten moment und 19 uhr 1 2 gerne abchecken und link zu meinem twitch account ist auch in der video beschreibung schaut da auch gerne mal vorbei würde ich sagen gebärzt als tabellen erster gegen den dritten spiel und damit sind wir jetzt im spiel luka netz trifft auf seine ehemaligen kollegen und dann geht's los hat glattbach eine einlaufmusik es kam gerade im hintergrund hat es gehört das ist ein junger bettet sich da an patino macht das gut das ist ein junger ob du das ist die latte und kammerwinger mit dem kopf mit ein bisschen glück das 1 0 aber das sei ja schon wieder leicht back ich aus aber die sind in führung kammerwinger trifft auch wieder seit ganz ganz langer zeit ich glaube es ist ein erstes saison tor oder da sehen wir es immer dort du ja ach mit der brust und denn mit dem kopf okay sah halt echt komisch aus da erst so ja und dann liegt den 1 1 0 es ist ein erstes saison 23 partigen jahre für wichtig kammerwinger ganz ganz stark druck und den ersten hops und schickt bord auf die reise der müsste jetzt eigentlich das 2 0 machen macht er nicht schade mit glattbach das ist gut gespielt vorne und hat er gut gehalten gut geil sehr sehr gut geil der csten jung Und jetzt Doku, Doku und er macht 2-0, guter Konter von Sessendong nach dem Eckball von Gladbach, können wir hier kontern, sehr gut, 2-0, Doku kann man weniger treffen, Boah, du bist jetzt noch erfolglos. Ah, Timber. Nein! Wieso kommt Luka Netz denn da nicht hin? Oh, Mann. Ja, das ist wieder kurz vor der Halbzeit, ärgerlich. Doku wird da geschickt, Torwart kommt nicht raus. Bisschen komisch, dass der Torwart da nicht rauskommt und das ist das 3-1. Boah, Du macht den Laufweg. Doku nimmt ihn an. 3-1. 3-1. Mann, oh, macht das stark, der... Flanke... Nee. Das ist vielleicht jetzt die Chance war für Gladbach. Ja, ich komm mir grad halt nicht an den Ball, der Eckball. Gefangen von Timber, mit Stellungsspiel. Gibt es hier nochmal einen Konter? Nee. Ja, wir gewinnen das Spiel trotzdem am Ende mit 1-3, würde ich mal sagen, seitdem es passiert jetzt noch irgendwas Unerwartetes. Nein, wir gewinnen 1-3, starke erste Hälfte, zweite Hälfte dann eher in den Verwaltungsmodus gegangen. Aber wieso auch? Gladbach wurde auch nicht mehr gefährlich. Verdienter, verdientes, äh, Topspielsieger gehen wir da raus. Als verdienter Topspielsieger. So, als nächstes geht es zum nächsten Topspiel, also auf dem Papier auf jeden Fall. Bayern gegen Wolfsburg gegen München. Tabellarisch, ja, nicht ganz so ein Topspiel, da sind wir deutlich vor. Und zwar, ja, sehr, sehr deutlich, sind... Äh, sind 17 Punkte, nee, 18 Punkte, glaube ich, ne, vor Bayern. Alles klar. Ja, gut, äh, wir haben übrigens die Tabellenführung ausgebaut. Ich glaube, Hertha hat nur unentschieden gespielt. Ja, das sind jetzt 5 Punkte auf... Hertha. Ja, die müssten denn nur un... Warte mal. Ja, die müssten unentschieden gespielt haben. Wir haben 2 Punkte gut gemacht, genau. Gut, Startformation bleibt eigentlich unverändert. Ja, ich lass das so. Also, wieso auch. Das erste Hälfte hat mir gut gefallen, würde ich sagen, gehen wir rein. Gut. Er wird heute im Fokus stehen. Es gibt ja in der ganzen Liga aktuell keinen besseren Topspiel. Klar, Boradou steht immer im Fokus. Ist auch ein Weltfußballer des Jahres geworden. Bei uns jetzt in der Karriere. Hat er auch verdient. Das erste Mal, glaube ich. Wir fahren dann. Der kann aus der Distanz abziehen, da sehen wir es. Ja. Mal weniger. Ah, gut gespielt von Bayern. Das stimmt. Und... Ah, das Dukat Netz da nicht hinkommt mit so einem 1, 70 ist ja klar. Ja, Bayern hier definitiv stärker als wir. Oh, es war doch kein Foul. Es kann doch nicht sein. Ich hatte jetzt wieder den Spieler nicht, den ich haben möchte. Ja. Und dann klingelt's. Ich sag's schon. Und stimmt das jetzt auch. Ja. Ja, der Ball kam ein bisschen spät. Die Flanke war jetzt auch nicht gut. Das ist auch nur ein Gefühl, ich weiß es nicht. Das fühlt sich jetzt so an. Ich bekomme halt auch nicht den Ball. So, Musikallass in der Mitte ist Abseits. Ne, doch nicht, oder? Ne, ist kein Abseits. Das sah so aus. 1-1. Verdient. Definitiv. Gut geklärt. Das ist mit Doku. Musikallass. So, Schläck. Nein! Ja da schon wieder, ich konnte Partino wieder zu spät nehmen. Ja. Das kann nicht sein. hallo wenn das leben nein 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 der ist komplett frei das kann nicht sein also bayern ist hier deutlich der führung besser naja bayern deutlich besser vielleicht gibt es jetzt hier noch mal ein konter von unserer seite los schlägt dem muss er doch jetzt machen nachdem er macht den guter konter 21 das ding ist hoffentlich durch hoffentlich aber bayern war besser die die fügen ist unverdient muss man ganz klar sagen das ist eine kein gutes spiel was wir heute zeigen aber wir haben die weltbeste offensiv würde ich mal sagen das sieht man ja auch im hand der gegentore das war gut verteidigt das müsste eigentlich eine karte geben oder nicht wieso spielst du denn noch da gibt es hier noch mal ein konter das wieder kuddelmuddel pingpongball ich liebe es wir gewinnen am ende 2 zu 1 bleiben damit weiter erster so wenn der blick am ende noch mal auf die tabelle also wir sind erst mal mit 45 punkten hertha dann mit 40 haben zwar auch gewonnen aber dort wird langsam wirklich deutlicher vorsprung auf den zweiten auf den dritten sowieso das ist jetzt dort und nicht mehr glatt nach leipzig bayern macht denn in der lage ja abgerutscht auf platz 6 leipzig hat überholt besseres tordifferenz geht ein leipziger und mittelfeld sieht dann so aus abstiegskampf ist glaube ich immer noch ja heidenheim wird safe absteigen augsburg freiburg ja abstiegskampf ja also ich würde sagen es geht am ende um den relegationsplatz also augsburg heidenheim würde sagen wir sind abgestiegen wobei augsburg hat gegen heidenheim gewonnen also ich würde aber sagen von freiburg bis arminia biedefeld ist ähm ja platz um den relegationsplatz würde ich so sagen ähm in leverkusen auch noch die stecken auch mitten im abstiegskampf fast alles klar gegen die spielen wir übrigens als nächstes und dann würde ich sagen schaltet morgen wieder ein schreibt doch gerne meine anderen let's play's aus von heute zweiten habe ich euch ja am anfang gesagt trotzdem ein riesen dank an euch alle zahlreiche unterstützung jedes mal wir sehen uns denn morgen in der nächsten fifa folge um 13 uhr bis zum nächsten mal und ich wünsche euch einen schönen rest das haben wir heute montag genau einen schönen wochen statt euch ciao